Das geht gar nicht. Die haben das Rudebrett hier gleich. Wir beide fragen uns warum das so rauf an. Jetzt hauen sie Stroh drauf, damit sie die Scheiße ankriegen. Ja, ganz schlau, oder? Polsky-Weg zum Grille. Ja, lass ja werden, was wir da haben. Nächster Polsky-Weg ist gleich hier. Auto anzapfen. Benzin! Und dann fängt die Geschichte mit dem Benzin ab. Ganz Bayern hat... Corona. Rot. Rot. Letzte Woche hatte Nürnberg EMPs.